Hey ihr Süßen Miss Aber es regnet, jetzt sind wir nass Jep Ist doch niss Ich muss mal ein Feuer setzen Oh Uh, ich schlag schon wieder aus Ja, ich hab's gesehen Äh, wird schon wieder was gewesen Oh, da ist ein Moskito Der ist genau unter uns Gewesen eben Ach der ist schon vom Traugen gekillt worden Okay Guter Traugen Ja Da oben sinds wohl Der ist weg Und dahinter ist noch ein Der andere Ja ich sehs ganz schwappes Vieh Ja Ne Verwischt Ja dann lass uns Oh, da weg Oh, Moskito hinter dir Hm Uff, ich hab gerade noch geblockt Was Jo, mit der Faust voll auf den Rüssel Hehehehe Na komm, greif an Hehehe Der ist zu viel Ja, da wurde ein bisschen wibbern Ja, da wurde ein bisschen wibbern Boah, die hat man echt schick aus, ich so also Alter Finne Ich glaube nicht Aber ich hab ihn erwischt Boah Boah Hehehehe Servus Gut Pflug Ne, Bolzenstein hab ich nicht mit Ja, wir sind auch gleich wieder trocken Ja Schatz, Schatz, du stehst auf mir Aber sowas auf mir Hehehehe Ja, dieses Trockenwellen ist mir Ja Kannst das noch nicht mal so, außer mit Feuer beschleunigen Aber gleich sinnbar wird Boah Boah Nix mehr Ah, ich hab ein Steinchen gefunden, wo ich mich auskumpern kann Äh, ich hab den Stein nicht mehr Sch- nicht haben heute Schlecht Wieso ist denn hier jetzt schon wieder ein Schneesprach? Naja, dann regnet's runter Hä? Dann regnet's runter Naja, dann müssen wir ja froh sein, dass wir weit genug oben sind, dass wir Schnee haben und keinen Regen Ach, die erste Stunde Und gleich zwei Ja, klar Diese Seen sehen, sehen sie nischt Oh, und da ist auch noch ein Wolf Ich weiß, dass mir eben einer angezeigt worden Ah, da bist du selbst Okay Ich hab doch Steine aufgemacht Ich hab doch Steine aufgemacht Ich hab doch Steine aufgemacht Pfff Ich hab noch vier Ja, aber wir brauchen fünf Nee, ich hab... Achso, du hast nur Ich hab gar keinen Stein Achso Oh, witzig whohh Ah nice Bei so sehen wir nichts Nee, das bringt nichts Ich kann ja schnelelelelelelelel Ich hab das normal Hast du noch zehn normales Wolf? Nee kein Ne Ich wäre sonst auch gegangen Kann man mal schnell nach Hause und das Zeug, was wir jetzt schon haben, wegbringen. Äh, ich hab alles im Schiff. Möööö. Möööö. Weiß ich ne Frage, hast du den Porta freigelesen? Ja. Kannst du da mal weggehen? Schürt zurück oder so? Ah, trautes Heim. Ja. Oh, unsere Kohleproduktion war fleißig. Ja, ich hab sie auch vorher gefühlt. Da rein. Da rein. Lass da rein. Gesundheit, mein Schatz. Ah, da hatte sich noch der zweite angebot. Hm. Hast du's genossen? Äh, den zweiten nicht. Ah. Ah. Schläfchen machen? Ja, ich geh dann schon mal ins Räckchen und wärm das an, ja. Mhm. Mhm. Boah, da kommt er recht ins Bett gesprungen. Natürlich. Weiß ja, was mich dort erwartet. Gute Morgen. Gute Morgen. Müssen wir mal nach deinem Schweinchen gucken? Mh, mach ich gleich. Mh, mach ich gleich. Müssen wir noch ein paar normale Steile machen. Und jetzt. Wie soll ich dich sein? Nein. Eine Beinein. Mh, mach ich. Drei mal, ich weiß nicht. Mh, mach ich! es ist aus der stelle solange wie die schweinchen glücklich sind ist alles in ordnung und bauen wir das portal wieder ab ist das wetter hier auch besser und suchen wir mal ab oh, brauche ein da in der nähe müssten dann wenn dann die hinweise sein meinte ich ja wohl da ist doch nicht missverstanden wolf wolf ist kein hinweis aber du kannst ihn ja mal nach dem weg fragen aber der wolf hier so rum der ort an dem dies steht sah einst sah einst einen großen drachen der über mir schwebte ich versteckte mich in einem busch bis er mich passiert hatte dieser stein wurde von den mutigen gemeißelt ich bin für ulf ja ne hammer mal 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 Also Das ist das denn. Ja, was hast du da entdeckt? Oh Wolde. Hey Wölfchen, ich hätt gern mal den Hinweis. Mücke. Mücke, Tod, Kobold, Matsch. Ja, da gibt's, uh, auswege. Uh, da kommt der nächste Kobold. Wurft gleich die Kobolds leeren. Ohne Scheiße, jetzt kriegst du's von beiden Seiten, ne? Gut. Aber da unten ist noch ne Mücke. Mhm. Mhm. Ich bümmer mich. Ne, noch ein bisschen. Was geht's jetzt hier? Da unten steht noch ein Goblin. Oh. Ah. Er hat das halt hier sehr, sehr einladen... Mhm. Ja, sieht aus wie so ein kleiner Tempel, ne? So. Bisschen Gerste. Das ist gut. Wir müssen bei uns hier nur irgendwo mal was machen, dass wir die hier anpflanzen können. Ja, dann nehmen wir mal eine andere Ebene, die wir schon kennen. Gut. Ja, wenigstens was gefunden, ne? So. Also, weil ich das erhoffte, weil du bist einmal rum, ne? Ja. Hier oben ist zwar eine recht lange oder große Ebene auf dem Eis, wo man sagen könnte, okay, da könnte man dann, aber da ist nichts. Aber ich bin noch nicht ganz durch gewesen. Ah, okay. Aber ich bin halt bis hierhin und dann habe ich das halt gesehen, ne? Ich bin halt bis hierhin aus. Sitz! Platz! Aus! Wolfs Trophäe, Wolfs Trophäe. Hey, oh Mann. Yo, da fehlen schon ein paar Plätten. Oh, ein Golem. Oh, hier ist ein Drachenei. Oh. Nehmen wir doch mal mit. Die Großen? Ja, da hinten, beim Taniken. Ja, die habe ich glaube ich schon gelesen. Geh mal zu vorsichtig hin gehen. Nicht, dass es dann der Hinweis ist, weißt du? Hier müssen die Zeilen, Frostwirbel in Acht nehmen. Ja, die habe ich schon. Das ist das, was du schon holst. Da haben wir schon wieder zwei Dracheneier, aber... ...wann man noch nicht, wo der sein könnte. Das ist die Mäusemelken hier, ey. Das ist das, Wolfi! Puh. Das ist wie, hier ist ein Teil von Stonehenge. Dann habe ich auch gesehen. Ah, fucker. Mücke tot. Drei Wölfe hier. Die sind so bies am Dinger, aber... Ach, was willst du denn mit deinen Steinen? Ihr wollt mal Mörder und so gewesen sein, ne? Ihr Lappen.